Bossk-Silleboss-Schloss. Und passend für heute, dass heute Asterix bei den Olympischen Spielen kommt, denn Boss sieht nämlich aus wie Obelix. Stimmt, das dicke Ding da. Ja, da. Silleboss versus Lakito? Warum nicht, ne? Ja. Oh nein, das ist ja das Level! Rollknoir-Level. Wo die so schön da so rumtappern. Auf den Rollknäuel. Ich kenn mich, ich werd das mit Sicherheit verhauen. Ist okay, ist okay! Ist okay. Es ist nicht mehr okay. Ich boykottiere, dass es jetzt okay ist. So, jetzt können wir. Schätze, wir können. Nein, wir können. Hallo. Schätze! Oh, bleib, oh, bleib, gut. Oh, bleib, oh, bleib, gut. Oh, bleib. Achtung, meine Güter sind aua, Silleboss. Hallo. Hallo, du hast die eine. Jetzt nicht mehr, du hast eins. Diese Musik, ey, voll Gangster. Erinnert mich halt an Mario, ne? Irgendwie. Jupp. Gut. So. Da müssen wir irgendwie noch hochkommen. Ich glaub, das kommen wir von der Seite. Ja, schlüpst du nicht runter. Ist okay. Hm. Oder auch nicht. Wir brauchen auch noch den Schlüssel, also geht's hier wahrscheinlich noch weiter. Ja, und es geht getutelt. Ist nämlich, glaub ich, irgendwo da oben gewesen, wahrscheinlich. Ja. Ja, da, da, da. Ja, 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 ja. Ich bin der Lieferkipfel. Tschöö. Hm. Ah. Äh, trotzdem haben wir da... Hast du die Zunge gesehen? Nee. Total krumm geflogen. Trotzdem ist der... Aua! Da hat mir weh gedootet. Na so was? Ich bin jetzt hier oben. Halten, Yoshi, halten, 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 halten! Gut! Nein, aua! Schon wieder weh gedootet. Aua! Jetzt bin ich gleich tot. Reiz mir, aua! Aua! So. Irgendeine ist nur wegen der... Guck! Wir haben eine Pube verpasst. Dann müssen wir wieder runter. Dann müssen wir doch irgendwo da hinten. Oder hier. Dann wär's doch schon längst da hinten lang gegangen. Na, nee. Warte, wann... Geht's hier nicht irgendwo? Versteckt hoch? Hey, du hast die Putt gemacht! Jetzt hab ich nicht Putt gemacht! Da ist nämlich die... Da müssen wir nach oben. Ja! Da ist bestimmt ein Secret mit oben. Ha! Danke! Ja! Perspektive! Jetzt haben wir da oben mal welche vergessen. Hier. Was soll das denn heißen? Ich nehme dich ja schon. Ist ja okay. Ah! Oh, hoppla. Meine... Meine Fähigkeiten lassen geradezu mit... Übrig. Geil! Das geht schon. Das klappt schon! Nö. Nö. Warte, bleib mal so. Und jetzt hüpfe ich auch mal mit. Passt. Nö. Warte, warte, warte! Nö. Yoshi, Räuber, Alter! Los! Los! Ich nehme den anderen Weg. Okay. Ach, nee. Ich komme nicht da hoch. Aha. Warte, warte, warte. Bist du kaputt? Warum bist du kaputt? Weil ich mich kaputt gemacht habe. Ah. Mit Minus. Samme die Eier ein! Die Wolkneule, die Knödel. Und geh weiter! Geh ohne mich! Ich feuere dich von da hinten an. Oh, na! Der hat es zackt! Ach, nö. Müssen wir nachher wieder... Oh, nö. Ja, ich war drauf! Ich war drauf! Ich war drauf! Auf den Trip. Ah, jetzt wieder von vorne. Sophie warst du glücklich. Ja, aber trotzdem ist es nervig. Oh. Ich habe ihn putt gemacht. Hey. Mit mir? Ja. Au! Rache ist Knödel. Oh, nö. Dieser Autopilot, ne? Ja. Der verfrügt dich. der Autopilot. Und jetzt ist der Autopilot. Oh, das ist ja, wie ich kann. So, botch. Ach ja, da... Aua. Bin dort. Noch nicht. Nein! Hoppala, nicht gesehen, dass die Blume da noch ist. Ja, ja, und wieder rein. Ob die noch nicht ist, oder müssen wir das nochmal machen? Die ist noch da, die ist noch da. Ui, du, ich bin tot. Hopp, hopp, hopp. Durch die Tür, durch die Tür, durch die Tür. Okay, ich geh durch die Tür. Jetzt nicht kaputt gehen. Da ist Geschenk, da ist Geschenk, da ist Geschenk. Tolles Geschenk! Wollte ich immer schon mal gehabt haben. Das haben wir. Wolkenroll geht noch da unten. Hilfe! So, wie krieg ich dich jetzt? Ich nehm dich am besten mit. Elegant ist die Lösung, ich nehm dich einfach mit. Richtig. Auf jeden Fall, sie hat mit sich ja ein Secret. Ja. Hier mal hin. Ja. Aber die untere nicht ausschalten? Besser nicht, weil du musst ja nach oben. Ja. Kommst du nach oben, dann lass ich mich nach oben teleportieren. Was jetzt so oder so verklappt. Und da ist wieder das Schleifchen. Ach da, kann ich mich machen. Gegen die Wand spucken ist nicht okay. Schlüssel! Schlüssel! Und zurück. So. Dann auch mal langsam zum Bosse, ne? Jo. Also geht's. Ja. Wait for me. It's me, Joshi. Baby! Danke! Scheiße! Nimm mich ja nur, bist du denn tot? Oh, nö. Doch. Du reißt mich schon nicht! Warum?! Ich wollte nicht alleine gehen! Du wolltest nicht alleine sterben! Nein! Das wir dann vom Checkpoint wieder anfangen, ist ja total egal! Scheiße! Hallo! Lass es! Warte hoch, lass mich raus! Oh, fuck! Einfach mal den Fakt ignorieren, dass wir die ganz scheiße von vorne machen! Oh Gott! Ich kann nicht mehr! Okay, das Let's Play streckt sich auf unnatürliche Art und Weise noch mal ein bisschen in die Länge! Du müsstest jetzt gleich übrigens noch das Secret machen, weil du mir wieder in die Knödel geklaut hast! Nein! Nicht, wenn ich da drauf stehe! Ah! Nein! Nein! Komm her! Komm her! Blödes Knödel! Ah! Die Sachen! Nein! Nicht mit mir! Nicht mit mir! Was machst du da? Guck mal, du bist übrigens da oben! Aber es liegt mit... Ah! Wo läufst du schon wieder rum? Ah! Ah! Nein! Ganz selts! Da! Nicht unter dem! Komm wir holen dir zuerst mal das Ding hier! Meine Nerven! Meine Nerven! Wir haben eine Blumeflume auch nicht. Ja, ja, die ist schuld ab. Selbst schuld! Ja. Tapsel, tapsel. Jetzt da hinten die Blume. Meine Nerven! Oh, Mann. Aber schon der aktiviert sie auch. Ah! Jetzt haben wir keine Eier. Brauchen wir doch noch nicht. Da, aua! Aber die Straßsternel kann man wenigstens noch mit den Knödeln einsammeln. Nur nicht Blumen und Wollknäule und Leute mit Autopie. Ah, nein! Das ist jetzt nicht mehr feierlich. Alle guten Dinge sind rein, ne? Jetzt ist das das fünfte Mal. Mann, die gute Dinge sind fünf. Oder sind wir schon beim vierten Mal? I don't know. I don't care. Nochmal. Dass man die nicht einsammeln kann. Also, kaputt gehen die. Tschau. Fuck this shit. Und deshalb hat man Singleplayer. Ja. Hier sehen wir Yuri, wie sie es ganz ohne Wollknurl macht. Nein, nein, nein. Ich stelle mich hinter dich, sonst schieß ich mich runter. Ich stehe auf dem Teil und das hat eine Kante. Guck mal. Boah, es hat voll die Kante. Ich gebe ihm gleich die Kante. Casey, be careful. Ja, wir haben nur noch ein oder zwei Herzen zusammen. Drei, ich, du hast die Eier. Ich, du hast die Eier. Aber jetzt hast du, glaube ich, wieder zehn. Komm her. Oder auch nicht. Warte. Elegant gerettet. Ja. Oh, 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 nein. Geh raus. So, und jetzt. Jetzt. Sind wir schon wieder verscheiden, weiß. Sind ja auch durch die Tür gegangen. Nein, ich wollte nicht da hoch. Ich wollte nicht da hoch. Da ist ein gebrochenes Herz. Ja. Herz, Herz, Herz. Die hättest du jetzt gebraucht. Was? Da waren, äh, Herzen drin. Oh, egal. Oh. Ey, du hast mich runtergeschubst. Wie man auf den Teilen auf der Kante stehen kann. Ja, mach du mal, ne? Ich mach alles. Rückenschmerzen. Nö, mein Hintern tut weh. Okay. Unbequeme Sitzhaltung. Wir haben jetzt wenigstens den Schlüssel. Noch. Solange wir mich nicht gleich wieder den Tod reißen, ist alles wird okay. Ich bin direkt hinter dir. Mit dem Schlüssel. Extremsport. Wollknäuel. Wir haben's geschafft. Ja. Jetzt bitte ein Checkpoint. Nee, ich bin... Checkpoint. Boah. Halleluja. Aua. Halleluja. Aua. Ah. Ich hab' ein gebrochenes Herz. Lass mich wieder hoch. Hi. Kokos. Kokos. Gib die Eier. Gib die Eier. Stopp dir die Eier. Nicht mich. Ah. Nein, 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 nein. Jetzt hast du wieder voll. Ich schweb hier mal so rum, ne? Nein! Oh! Ah! Nein! Du musst es ohne mich schaffen. Komm her. Putt, 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 putt. Äh! Nein! Nein, ich will nicht mehr! Lass mich in Ruhe! Gehst du in den Streik, ne? Kannadaa. In den Streik. Honnadoo. Ah! Flattern, flattern, flattern! Ohohoho! Scheiß Geschenk! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Das hat's mir ja auch gebracht! Geh mehr kaputt als alles andere in diesem Level. Ja. Und wir sagen doch, komm, letztes Level, dann machen wir Aufnahme. Schluss. Und dann? Ja. Ja. Doei! Ich hab's kaputt gemacht! Das sah jetzt fragwürdig aus! Nein! Ich hab dich gerettet, ja? Nein! Du hast mich gerettet! Ich seh's! Verdammt! Gut, dass wir nicht mehr den Schlüssel holen müssen. Gut, dass wir nur die anderen Sachen überlaufen machen müssen. Ich bin so traurig! Vielleicht bin ich auch traurig! Ah! Ah! Nee! Ich will ebenfalls Beine! Blup! Scheiße! Nicht schon wieder! Hilfe! Wie war das? Wir spielen ohne Trick anstecken, ne? Ja! Also, so langsam hab ich die Schnauze voll! Hä? Ich hab den Strassstein vergessen! Lass mich bitte... Okay, lass mich bitte nicht raus! Wenn du in den Tod stürzt, ja? Dann bitte nicht mich ans Ei! Ich bin schuld! Ich bin schuld! Excuse me! Ich bin schuld! I'm so sorry! Oh Gott! Ich kann nicht mehr! Ich bin schon wieder fast kaputt! Genau, nimm mich mal mit! Nimm dich mit! Ich bin schuld! Ich bin schuld! Eine Mitfahrgelegenheit! Hm, ich schwör mich auch nicht rauszukommen! Okay! Warte, warte, warte! Warte, schieß mich! Ich schwör mich nicht rauszukommen! Schieß mich! Schieß mich! Alles klar, was wird hier denn kaputt? Und klaust mir die Eier wieder! Nein! Okay. Alles wieder okay. Ist es das wirklich? Nein! Wir sind bis Leben gezeigt! Ah! Bringt das, Mann! Bringt das... Nein, nein, nein! Ich weiß, was passiert! Und das gefällt mir ganz und gar nicht! Nein, 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 nein! Meine Nerven wieder! So! Oh, toll! Die schon wieder! Nein! Ich bin traurig! Nein! Was ist das für... Nein! Geht's da oben nicht noch weiter? Nein! Nein! Gut, weg! Warte, stopp! Willst du auch mitkommen? Ich bin da, ich bin da, ich bin da! Ich laufe, ich laufe, ich laufe! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Die Bostür! Uns kann nichts mehr passieren! Außer jetzt nur noch beim Boss kaputt gehen! Nein! Nein! Herrgott, das war ein Akte! Was für eine schwere Geburt! Hallo, Kamek! Ui! Ihr, Yoshi, seid ganz schön hartnäckig! Ich dachte, ihr hättet schon nichts aufgegeben! Nö! Ich nenne dich, Obelix! Ja! Wo hast du Edifix gelassen? Weg! Bei der Knullnase ist das auch Edifix! Oh! Abwerfen! Und an die Schleife! Dö, dö, dö! Ah, schau, gell! Er hat seinen eigenen Kumpel, äh, gerade... vernichtet. Dö, dö! Komm mal da oben! Ab für dich! Aha! Jerry ist der Tote! Der war nur voller Luft! Guck dir das an! Das ist Salz, da Yoshi! Arriba! Wenigstens haben wir die ganze Wolle! Haben wir alles? Die Wolle haben wir! Und die Blümchen auch? Nee, da fehlt uns eins! Ach, haben wir doch eins übersehen? Ja! Oh, naja! Ja, ne, hat jetzt auch lang genug gedauert! Ja, vor allen Dingen das letzte Level! Excuse me! Immer noch! Ja, ja! Einen Treckangstecker, ja, ja! Ja! Oh Gott! Xiliboyoshi! Ba-ba-ba-ba-ba-bam-bam-bim-bim-bim! Ich glaub, Kamik ist wütend! Och, nö! Der doch nicht. Oder frustriert. Wer hat das? Ihr schneit, guck mal. Ja, ja, es ist im Sommer. Nee, wir haben ja jetzt Herbst. Gut, dann war es das für diese Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die ganzen Pils. Hier, ich laufe hier rum. Oui, ja, und so, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, bis dahin. Ciao. Tschö.